servus hier ist wieder euer kanal meilenmaik das erste mal in 2022 frisch froh und heiter ein bisschen verrückt wie es gewohnt seid ja aber wir genießen lieber ein bisschen verrücktes leben als dass wir uns normal langweilen genau so ist es ja ihr seht haben wir hier zwei gläser in der land ja und wir möchten sehr gerne mit euch noch auf das neue jahr anstoßen genau ja dann würde ich sagen brust brust neuer und mit die saarländer so sagen brust neuer brust neuer ok in diesem sinne in diesem them theater und servus ein Mein Mann! Untertitelung des ZDF, 2020